Hallihallo ihr Lieben, wie ihr bestimmt wisst, geht es jetzt für uns ans Sachenpacken und zwar für den Urlaub nach Miami. Also quasi Urlaubsvlog Nummer 1. Fängt jetzt gleich an. Ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen, wir sind noch eigentlich voll im Weihnachtsmodus. Dort hinten seht ihr noch den schönen Weihnachtsbaum. Aber wir müssen jetzt Sachenpacken, weil über die Feiertage haben wir keine Zeit. Und deswegen geht es jetzt los. So, aktueller Zwischenstand, das ist jetzt mein Koffer. Und die linke Hälfte ist komplett noch frei. Wir haben aus unseren letzten USA-Urlauben gelernt, dass man definitiv mit sehr wenig fliegt. Aber bei uns ist es auch so, dass wir jetzt so lang weg sind, dass sich waschen lohnt. Deswegen werden wir unterwegs in einen Waschsalon gehen. Schatzi probiert gerade mal, wie viel sein Koffer wiegt. So frisch. Das zeigt auch low an. Low. Okay, dann müssen wir unsere Kofferwagen erstmal die Batterien wechseln, um rauszufinden, wie viel die Koffer wiegen. Hier muss dann natürlich noch ein bisschen, ja so Hygienezeug, Kosmetik, Kram und Schuhe, Jacke und so rein. Beziehungsweise hier ist auch noch nicht so voll. Genau. Und dann gibt es ja auch noch den Handgepäckskopper. So, weiter geht's. Aber zuerst muss ich euch nochmal diesen wunderschönen Ausblick zeigen. Geht gerade, ist toll die Sonne unter, beziehungsweise ist untergegangen. Jedenfalls packe ich jetzt so ein bisschen Kosmetik-Kram und ich habe hier solche kleinen Taschen, dann eine etwas größere. Mal sehen, ob ich alle drei mitnehme, das weiß ich noch nicht. Und das sind, wenn wir es brauchen, unsere Handgepäckstäschchen, wo du halt bis 100ml die Flüssigkeit reinmachen kannst. Und dann, oh mein Gott, bitte lacht mich nicht aus, habe ich hier so einen coolen Koffer von Amazon, von Amazaba. Kann ich euch verlinken, der ist mega geil. Und hier bewahre ich meine ganzen Travel-Sizes und Pröbchen auf. Also hier habe ich halt auch Mascara und ja, genau. Hier nehme ich quasi alles. Immer mit zum Reisen. Und genau, hier stelle ich mir jetzt alles zusammen, was ich brauche. So, endlich in Friedenau. Hier ist Papi. Wir sind nach Zurich geflogen, es ist alles gut geplagt und jetzt geht es elf Stunden nach Mähen. Einer Nachkard Einen wunderschönen guten Morgen aus Miami. Wir melden uns, wir sind angekommen. Gestern ungefähr 18.15 Uhr sind wir gelandet. Wir sind jetzt schon in unserer Unterkunft. Gestern ist nichts mehr passiert. Wir haben hier unsere kleine Unterkunft eingecheckt, waren noch etwas Kleines einkaufen. Und wir werden dann Richtung Miami Beach fahren, ein bisschen was angucken und jetzt geht's los. So, jetzt melde ich euch auch mal zu Wort. Florida zeigt sich jetzt gerade von seiner besten Seite und es hat aus dem Nichts jetzt irgendwie gerade extrem angefangen zu regnen. Also man hat ja öfter mal so Schübe, so Regenschübe. Also zumindest jetzt zu dieser Zeit. Draußen steht unser Auto. Ich zeige euch da nämlich mal den Blick. Wir sind direkt in so einem Kanal mit Wasser. Davor, vorm Haus. Sieht mega, mega schön aus. Und jetzt gibt's erstmal Frühstück bei uns. Ganz amerikanisch. Toast, ja, Tahit, Pepsi und Philadelphia und Käse einfach drauf, weil solange wir hier sind in einem Apartment, beziehungsweise in Miami generell, wollen wir eher so Selbstversorgung machen, oder? Außer wenn man unterwegs ist. Weil wir halt so eine kleine Küche hier haben. Und wir lieben amerikanische Supermärkte. Und wir werden halt die nächsten Wochen, gerade wenn wir dann nochmal rüber an die Westküste fliegen, ja oft genug essen gehen, weil wir da in Hotels die ganze Zeit sind. Also fast die ganze Zeit zumindest in den großen Städten. Und ja, das ist eigentlich unser Ausblick. Wir haben uns eigentlich gedacht, wir können hier ja dann heute früh, dort frühstücken, naja. Aber sonst sehr, sehr cool. Auch gestern direkt eine supergeile Supermarkt-Story gehabt mit dieser Tüte. Warum, Schatz? Wir haben gestern Abend noch was fürs Abendbrot gekauft in einem bisschen größeren Supermarkt und sind mit der Tüte in deutscher Manier losmarschiert. Und die Kassiererin wollte unsere Sachen in ihre Plastiktüten einpacken, weil hier bekommt man ja jedes einzelne Produkt eingepackt. Und sie fragte mich dann, wollen Sie Ihre Tüte benutzen oder soll ich Ihnen das einpacken, weil wir können damit nicht so richtig was anfangen hier. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne die Tüte benutzen, die wir mitgebracht haben. Und das ist natürlich hier sehr komisch für die, weil... Wir kennen das halt einfach, dass jedes Produkt einzeln eingepackt wird im Supermarkt. Und da habe ich gleich gesagt, nee, komm, wir nehmen auf jeden Fall eine Einkaufstüte mit, die wiegt doch nichts. Und die kann man bestimmt auch mal zwischendurch gut gebrauchen. Und sind da rigoros, ganz typisch deutsch und benutzen unsere eigene Einkaufstüte. Genau, und ich denke, wenn jeder ein kleines bisschen dafür mitarbeitet und mitdenkt, kann man die Welt ein bisschen besser machen, weil hier liegt genug Müll rum. Wir können euch ja heute... Wir zeigen euch, dass das ist einfach nur krank. Das ist wirklich krank. Also ich finde halt, dass man mit solchen Kleinigkeiten auch schon, denke ich, ein Umdenken anregen kann. Und in Amerika muss das einfach mal langsam hier passieren. Gerade auch beim Einkaufen. Das ist der simpelste Schritt, um eben diesen Plastikmüll zu reduzieren. Anyways, wir wollen jetzt hier auch nicht einen auf Moralapostel machen. Wir haben auch noch viel zu arbeiten, keine Frage. Versteht uns dahingehend nicht falsch. Tipp Nummer zwei, den ich mir von Anfang an vorgenommen habe, ist einfach, dass ich mir jetzt im Starbucks, im nächsten Starbucks, den wir aufsuchen werden, so einen Einbeck... Nee, Einbeck... Mehrbecker... Mehrbeckbecher kaufen werde. Und meine Kaffee ist dann eben immer mit diesem Becher hole. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Mal klappen wird, aber zumindest ist so der Plan. Und ich brauche eh einen neuen Mehrbeckbecher für zu Hause. Mein Alter fliegt dann weg. Und ja, so machen wir das. Und Schatz schmiert jetzt weiter ganz amerikanisch sein Toastbrot. Berge schnitten. Also hier Satze wären es schwierig. Mit so einem Brot, ja. Und ihr könnt ja mal gucken, das Brot war ein Ganzes. Und das ist jetzt eigentlich leer. Und ich habe immer noch Hunger. Dieser Philadelphia, super lecker, aber der hat einfach mal vier Dollar gekostet. Das ist unglaublich. Der Käse hat auch vier Dollar gekostet. Also wir haben nicht viel gekauft und sind gleich mal 35 Dollar losgeworden. Also ist schon echt krass teuer. Das Leben hier, muss man sagen. Und da haben wir noch keine richtig guten Lebensmittel gekauft. Nee, da hast du keine guten Lebensmittel gekauft. Natürlich nicht. So, jetzt hat es schon wieder aufgehört zu regnen. Und deswegen werden wir dann gleich losfahren. Ich habe jetzt gerade noch mal unsere SIM-Karte gewechselt. Wir haben uns hier von MostSIM, vorher über Amazon, verlinke ich euch, so eine SIM-Karte für die USA gekauft, weil ich gestern ernsthaft für 50 KB, das muss man sich mal überlegen, 15 Euro bezahlt habe. Und das war ja binnen einer Sekunde aufgebraucht. Das ist einfach rotzofrech. Auf jeden Fall gibt es da halt verschiedene SIM-Karten. Wir haben jetzt hier für 21 Tage 50 Gigabyte. Oder nee, unlimited sogar, ne. Unlimited, also keine Begrenzung. Und wir haben jetzt erstmal, also wir haben nur eine gekauft. Wir machen dann halt das über Hotspot. Und ich denke, das sollte dann passend mit Navigieren, weil so kommt man auch günstiger, wenn der Mietwagen, wenn ihr Mietwagen nehmt mit Navi und das ist nicht schon automatisch drin, dann bezahlt ihr pro Tag, ich weiß gar nicht, acht oder neun Dollar mindestens für GPS. Und da kommt man damit besser, weil ihr braucht eh Datenvolumen, wenn ihr unterwegs seid und irgendwo euch hin navigieren wollt. Und verlinke ich euch, kostet, die hat jetzt 50 Euro gekostet. Also klingt jetzt erstmal viel, ist aber runtergerechnet immer noch die günstigste Variante. Und macht es nicht, euch die SIM-Karte am Flughafen andrehen zu lassen. Die kostet das ungefähr das Doppelste. Die kostet das Doppelste. So, wir waren jetzt gerade schon beim Ocean Drive und mal kurz am Strand von Miami und gehen jetzt auf die Lincoln Road, dann mal was zu essen suchen. Und ja, mal schauen, was es da so gibt, ne? Übrigens parken müsst ihr mit einer App. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da kann man hier so Street Parking machen und dann gebt ihr über die App diese Nummer ein. Und dann könnt ihr Stunden und Minuten genau parken. Und ihr könnt dann halt auch via der App verlängern. Das ist halt nur sauteuer. Also für drei Stunden haben wir jetzt ungefähr 13 Dollar bezahlt. Heute gibt es mexikanisch, Reis, Tacos mit Fleisch, Guacamole, denke ich, ein Peperoni und Marie ist dasselbe. Sehr gut. Guten Appetit. So, wir sind hier im Wynwood-Viertel. Hier ist alles so schön bemalt. Wir haben heute die beste, gleichzeitig teuerste Eiswann des Lebens gegessen mit 10 Dollar die Kübel. Aber es war so unfassbar lecker. Ja, so sieht das hier auf jeden Fall überall aus. Also die ganzen Wände und Häuser sind halt hier richtig geil bemalt, aber eben künstlerisch. Und dann gibt es auch noch den Wynwood Garden. Ist eintrittfrei, was ich sehr, sehr cool finde. Da sind auch nochmal mehrere Mauern oder Wände eben bemalt. mit richtig, richtig tollen Kunstwerken. Also es sieht mega schön aus. Es ist nur sehr, sehr viel los. Aber dadurch, dass der Eintritt frei ist und man eigentlich hier auch relativ gut irgendwo an der Seite parken kann, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Also solltet ihr definitiv euch mal angucken, wenn ihr sowas mögt. Aber wie gesagt, Parken ist halt hier schweineteuer. Sieht schon alles sehr, sehr geil aus. Zudem noch was hinzuzufügen. Viele Leute und experimentelles Essen gibt es hier. Ja, übelst geiles Essen gibt es hier. Da gibt es auch so einen Food Market. Ich hatte richtig, ein richtig geiles Eisgrad. Habe ich euch auch gezeigt. War zwar schweineteuer, aber war geil. Wollen wir hier rüber gehen? Also sehr sehenswert hier alles. Ach und was ich noch sagen wollte, ihr könnt hier auch eine Führung durchmachen. Haben wir das nicht gemacht, fand ich jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Aber wenn ihr natürlich mehr erfahren wollt zu den Gebäuden und zu den Bemalungen, dann könnt ihr auch eine Führung machen. So, ich seh jetzt fertig aus. Wir sind ja für jeden Fall wieder zurück in unserem Apartment. Wir waren heute noch in der Mall, in der Dolphin Mall. So ein riesen, riesen Outlet Center. Oh mein Gott, es war so voll. Aber es war sehr erfolgreich. Die Ausbeute zeige ich euch dann gleich noch. Kann ich euch sehr empfehlen. Wir sind ja, geben wir zu, sehr begeisterte Shopper, gerade hier in Amerika, weil es ist einfach, ja, Markensachen sind hier sehr, sehr günstig und die Marken, auf die wir stehen, sind eben günstig. Und dann auch im Outlet, ja, kann man nur zuschlagen. Und, genau. Wir haben für morgen unsere Everglades Tour jetzt gebucht. Wir werden auch noch eine andere Tour buchen, denken wir. Wir wissen nur noch nicht für welchen Tag. oder die Speedboard Tour klingt echt gut für 25 Euro. Die werden wir, denke ich, noch machen. Und jetzt gibt es erstmal Philly Cheese Steak, haben wir uns geholt. Werde ich hier mal auspacken. Aber ich sag euch, Philly Cheese Steak schmeckt nur in Philadelphia richtig, richtig geil. Also so ist es schon auch lecker, aber in Philadelphia selbst ist es nochmal eine andere Hausnummer, Habe ich alle schon gegessen und geil. So, das ist unser Abendessen. Hau rein, Schatzi. Mett. Ein paar Pommes. Kann man schon mal machen. So, wir zeigen euch jetzt mal, beziehungsweise ich zeige euch einen kleinen Teil der Ausbeute. Ich weiß, dass uns immer sehr, sehr viele interessiert. Wir haben heute schon ein bisschen Gas gegeben, oder? Dafür, dass es der zweite Tag war. Aber es hat sich eben angeboten, ja. wie gesagt, waren in Outlets. Da haben wir vor allem bei Ralph Lawrence, wie du schlagen, ist halt eine unserer Lieblingsmarken. Für mich gab es da ein Polo-Shirt. Ich glaube, das hat halt ursprünglich 70 Dollar gekostet und dann gab es auf das meiste 50% off. Und das ist halt schon echt sehr, sehr gut für die Marke. Dann ein einfaches weißes T-Shirt, was ich auch super gerne mal unter Bläser für die Arbeit anziehe. Und einen Pullover, den ich schon seit Ewigkeiten haben wollte. Ich war bisher immer zu geizig. Der hat halt dieses Zopfmuster und der ist mega, mega schön und extrem hochwertig. Also der fasst sich so, so gut an und trägt sich halt auch gut. Deswegen mag ich eben Ralph Lauren extrem gerne. Von Tommy Hilfiger, da gab es auch so zwischen 50 bis 70% off. auf dem Pullover jetzt. Der kostete ursprünglich halt 65 Dollar und ich habe nur noch 25 Dollar gezahlt und der ist halt auch mega niedlich und der sieht so, so gut aus angezogen. Also wenn ihr in Amerika seid, fahrt mit einem leeren Koffer hin. Wir haben es diesmal halbwegs geschafft oder dass wir mit einem halb leeren gefahren sind. Wir waren im Levi's. Da hat sich mein Freund dieses Levi's Miami Shirt mitgenommen und ich habe das gleiche einmal in weiß. Fand ich irgendwie ganz cool und es war auch echt okay vom Preis her. Nach 7 Dollar. Ja. Dann waren wir im Ross. Das ist sowas wie TJ Maxx und Marshalls. Da gibt es immer nehme ich da Socken mit. Die sind da aber gar nicht so krass günstig. Also die sind da jetzt irgendwie 10 Dollar. Ist okay. Also für weiß nicht vier Paar. Ne, mehr. Dann ich habe neue Sportschuhe gefunden. Die habe ich gesehen und mich sofort drin verliebt. Ich brauche dringend neue Sportschuhe von Puma. Die sind echt. Ich finde die mega nice. War jetzt auch nicht ultra günstig aber war okay. Die waren jetzt irgendwie 38 Dollar. Dann ja flasse Tüten. Ihr seht aber da hat man keine dabei. Hat sich mein Freund hier von Kevin Klein noch ein T-Shirt gekauft. Da habe ich mir für sage und schreibe 26 Dollar Tommy Hilfiger Sneaker gekauft. Die fand ich auch richtig geil. Und dann ist noch ein Shirt hier nochmal von Kevin Klein von meinem Freund. Und zu guter Letzt war ich noch kurz im CVS und da habe ich an der Kasse kurz gedacht weil ich halt einfach richtig viel bezahlt habe aber gut man unterschätzt es halt auch so ein bisschen also wie schnell sich das läppert da kommt auch ein bisschen was zusammen. Ich habe eigentlich Masken mitgenommen in erster Linie weil die Auswahl halt wirklich mega gut ist und ich habe ein paar mitgenommen zum verschenken. die verschenke ich halt alles gern die haben wirklich richtig tolle Masken Panda Masse oder wie das naja und nur zwei Kosmetik Sachen ja das können wir das bitte mal wertschätzen ich habe mir einmal einen Butter Bronzer mitgenommen weil ja alle den super geil finden und einmal so ein Loose Face Powder von Air Spoon oder so das habe ich auch schon ein paar mal bei YouTubern gesehen die finden das super einige finden es richtig scheiße aber mal schauen also es hat jetzt irgendwie 8 Dollar knapp gekostet und das hat mich jetzt gereizt mal auszuprobieren riecht auf jeden Fall ziemlich stark nach Oma Parfüm also sehr stark parfümiert aber ich werde auf jeden Fall berichten so das war unsere Ausbeute von heute mein Freund hat noch auf den Klamotten aber das interessiert euch jetzt bestimmt nicht so so ich habe jetzt die Ehre das Ganze zu beenden das war unser Tag heute morgen wird es bestimmt ein bisschen mehr Essen geben morgen werden wir denke ich auch noch mal in den Supermarkt gehen und noch nach zuckerfreien Getränken suchen und nach anderen Köstlichkeiten morgen muss es definitiv auch noch mal Eis geben und morgen Vormittag machen wir eine Everglades Tour und mal sehen was der Tag noch so bringt und damit einen schönen Abend und bis dann Ciao Ciao